Eine neue Ausgabe, es wären es Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Ansgar Lose. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Klinikdirektor am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und bei Ihnen bietet sich ein kurzes Filmquiz an, um einzusteigen, womit Sie sich beschäftigen. Mal gucken, ob Sie es rauskriegen. Vielleicht ein wenig makaber am Vormittag, aber ich genoss seine Leber mit ein paar Favabohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Ihre Augenbraue geht hoch. Was bedeutet das? Wissen Sie es? Das ist natürlich der Hintergrund des wortspielerischen Titels. Wenn wir sagen, in unserem Buch als Titel, das Schweigen der Leber, dann beziehen wir uns natürlich auch auf diesen augenzwinkernd auf den Film, das Schweigen der Lämmer. Und die Titelfigur sozusagen, Anthony Hopkins gespielt, das großartig, ist allerdings eine menschliche Leber. Das wollen wir nicht ganz als Bezug nehmen. Nee, Sie schreiben dann aber auch noch über tierische Leber, die man isst, wo wir da gerade beim Thema sind, zu empfehlen oder nicht? Sie ist ja weniger populär geworden, weil man Angst hat, dass man viele Giftstoffe mit der Leber isst. Das ist zwar theoretisch möglich, aber praktisch eigentlich nicht mehr relevant. Der Hintergrund ist, dass die Leber tatsächlich unser Hauptentgiftungsorgan ist und insofern Stoffwechselprodukte der Gifte, auch der Medikamente, die wir einnehmen, durchaus in der Leber noch drin sein können, auch in der tierischen Leber. Insofern kann man das nicht komplett ausschließen, dass man da auch noch Medikamente zu sich nimmt. Und zum Glück sind die Mengen davon heutzutage aber sehr gering, insbesondere wenn man Biofleisch isst. Und dennoch das Schweigen der Leber. Dieser Titel ist ja ganz bewusst gewählt. Warum das Schweigen? Das hat einen Hintergrund. Eine der vielen faszinierenden Eigenschaften dieses Organs ist es, dass es keine Schmerznerven hat und deswegen nicht wehtut. Das hat den großen Vorteil in der Evolution immer gehabt, dass wenn wir eine Entzündung oder ein Problem in der Leber hatten, wir trotzdem weiter Tiere jagen konnten, Früchte sammeln konnten. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass wenn die Leber krank ist, der Patient das nicht unbedingt merkt. Das heißt, es reicht nicht, auf seinen Körper zu hören, dann merken wir nicht, ob es der Leber gut geht oder nicht. Man hat ja früher gesagt, da ist dann jemand gelb und dann Gelbsucht und dann ist es im Grunde schon zu spät, oder? Es gibt viele Formen von Gelbsucht und die akute Leberentzündung macht auch eine Gelbsucht. Dann ist es nicht zu spät, da kann man auch viel tun. Die Medizin hat ja auch große Fortschritte erzielt. Darüber kommen wir vielleicht auch noch ins Gespräch. Aber das ist schon ein sehr spätes Alarmzeichen. Da geht es der Leber wirklich schlecht, wenn man richtig gelb wird. Um bei schlechten Wortspielen zu bleiben, Sie haben Ihr Herz an die Leber verloren, weil Sie sagen, es ist so ein faszinierendes Organ. Was kann die Leber denn noch im Vergleich zu anderen Organen? Auch wenn wir zwei Stunden haben, das würde nicht reichen. Deswegen haben wir ja auch das ganze Buch geschrieben, weil da so viele Geheimnisse drinstecken. Die Leber ist das Hauptstoffwechselorgan, das praktisch alles, was wir im Körper an funktionierenden Eiweißstoffen haben, herstellt. Entgiftungsorgan, Verdauungsorgan, da sind so viele Fähigkeiten drin. Hormone werden dort verstoffwechselt, auch hergestellt. Das müssen wir schrittweise versuchen anzugehen. Sie sind ein europaweit gefragter Spezialist, wenn es um das Thema Leber geht. Sie sagen, Wissen ist die beste Medizin. Klären Sie uns doch mal auf. Zu viel Alkohol kann zu einer Fettleber führen. Inwiefern? Nicht nur Alkohol. Aber auch Alkohol. Alkohol schadet der Leber auf vielfältige Weise. Ein ganz banales Problem bei Alkohol ist tatsächlich die Menge unnötiger Kalorien. Und zwar Kalorien in einer Form, die schwierig sind zu verstoffwechseln. Das, was eigentlich Körperzellen brauchen, insbesondere Gehirnzellen und Muskelzellen brauchen, ist Glucose, also Traubenzucker. Und um aus Alkohol Glucose zu machen, gibt es Zwischenstufen, die Fette sind. Und diese Fette werden dann in der Leber abgelagert. Alkohol kann aber auch Stoffe in der Leber immunologisch verändern und dadurch zu einer Entzündung in der Leber führen. Und die Kombination ist dann eine Fettleberentzündung. Und das war lange die häufigste Lebererkrankung in westlichen Ländern. Ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen auch in unserem Land und in überhaupt der westlichen Welt. Aber nicht nur der westlichen Welt. Und dann ist es ganz erstaunlich zu lesen, dass Sie allerdings vor Alkoholpausen warnen. Die können gefährlich sein. Warum denn das? Die Pause ist nicht das Gefährliche, sondern das Gefährliche ist das Trinken danach wieder. Und es gibt leider viele Menschen, die glauben, wenn sie eine ordentliche Pause jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit gemacht haben, dann können sie zu Ostern wieder richtig loslegen. Und diese Vorstellung, man könnte auf Vorrat Alkoholpause machen, um nachher dann wieder mehr zu vertragen, das ist leider ein Irrglaube. Und ein klein bisschen sogar im Gegenteil, weil diese immunologischen Veränderungen, die der Alkohol in der Leber machen kann, dann zu einer starkeren Reaktion führen kann, wenn man nach einer Alkoholpause wieder viel trinkt. Also das Vieltrinken nach einer Pause ist das Risiko. Die Pause ist nicht eigentlich das Risiko. Jetzt gibt es natürlich Statistiken darüber, dass in Deutschland regelmäßig getrunken wird. Haben Sie da Begrenzungen, wo Sie sagen, ja, das geht in Ordnung, das verträgt der Körper, die Leber, die eben ja eine Menge abkann? Ja, die Leber kann eine Menge ab, sie kann auch Alkohol ab und das ist individuell unterschiedlich. Das sind offensichtlich auch ererbte Faktoren, Faktoren der Ernährung, wie viel sie abkann. Leider ist die Obergrenze dessen, was sie wirklich sicher problemlos abkann, ziemlich niedrig. Da macht man sich nicht so populär damit. Und zwar sind das 10 Gramm reinen Alkohols für Frauen, auch wieder eine Geschlechterungerechtigkeit, nämlich 20 Gramm für Männer. Können Sie das umrechnen in einem Bier oder in einem Glas Wein? Genau, das ist ein kleines oder ein großes Glas. Also Frauen ein kleines, Männer ein großes Glas. Und das kann man auch wieder nicht sammeln. Man kann nicht sagen, die Woche über trinke ich gar nichts und dann kann ich eben 70 oder 140 Gramm am Samstagabend trinken. Das geht auch nicht gut. Wie ist denn dann Ihr eigenes Verhalten mit dem Wissen über all diese Gefährlichkeit? Wie gehen Sie da mit Ihrem Körper um, gerade hinsichtlich des Alkoholkonsums? Ich habe sehr lange in Mainz gelebt und gearbeitet. Da gehört ein Gläschen Wein zum Abend durchaus dazu. Der Schoppen. Der Schoppen ist ein bisschen schade, dann ist es verdünnt, wenn es ein guter Wein ist. Das muss man Ihnen nicht verdünnen. Das Leben ist zu kurz eigentlich für schlechten Wein, aber man sollte eben wenig davon trinken. Leberkrebs nimmt zu, ist inzwischen die dritthäufigste Krebstodesursache. Warum nimmt er überhaupt bei uns zu? Weltweit ist Leberkrebs häufig Ursache einer chronischen Virusinfektion. Eine chronische Virushepatitis gehört zu den häufigsten Infektionserkrankungen weltweit. Aber bei uns nimmt Leberkrebs vor allem zu, weil auch die Fettlebererkrankung zunimmt und die Fettleberzirrhose. Und wir haben vorhin über Alkohol als Ursache für eine Fettlebererkrankung gesprochen, aber inzwischen noch viel häufiger, ist die sogenannte nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die durch unseren Lebensstil bedingt ist. Und die scheint ein besonders hohes Krebsrisiko auch zu beinhalten. Da kommen auch schon erste Hörerfragen rein. Slabi aus Ahlen zum Beispiel schreibt, Sohn ist elf Jahre alt und bei einer Blinddarm-OP wurde eine Fettleber entdeckt. Ist schlank? Jetzt die Nachfrage, welche Ursache kann das denn haben? Sie haben jetzt den Ernährungsstil angesprochen, aber bei einem Elfjährigen? Ich möchte jetzt der Hörerin nichts Unangenehmes sagen, weil ich nicht weiß, wie der Ernährungsstil ist. Und es gibt auch Ursachen von Fettleber, die nichts mit Ernährung zu tun haben und nicht mit dem Lebensstil zusammenhängen. Aber der häufigste Grund ist tatsächlich einfach, auch wenn man normalgewichtig ist, eher zu viele Kalorien und nicht ganz richtige Ernährung. Da muss man dann vielleicht ins Buch gucken, um genauer zu wissen, was das alles ist. Aber ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass man denkt, Obst sei immer gesund. Aber Fruktose ist für die Leber ähnlich belastend wie Alkohol fast. Und viele Obstsäfte zu trinken und dann noch mit Fruktose gesüßte Speisen zu essen. Viele Fertigspeisen sind damit gesüßt. Auch Saccharin enthält Fruktose. Kann durchaus eine Belastung für die Leber sein. Zu einer Fettleber manchmal auch schon bei Kindern führen. Dann nennen Sie uns was, was ganz besonders gut ist für die Leber. Gemüse. Das wäre der Ausgleich dann. Ja. Dann sterben jährlich mehr als 600.000 Menschen weltweit an Hepatitis B. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gibt aber keinen Aufschrei. Warum das denn nicht? Die Leber schweigt. Das ist der eine Grund. Also man merkt die Erkrankung häufig nicht. Dann ist es bei uns keine so häufige Erkrankung. Es ist vor allem in Asien eine sehr häufige Erkrankung. Es gibt tatsächlich mehr Chinesen mit Hepatitis B, als es überhaupt Deutsche gibt. Also fast 10 Prozent der Bevölkerung haben dort eine Hepatitis B. Und für die meisten ist es eine schleichende, stille Erkrankung, die häufig erst nach Jahrzehnten ein Problem macht. Das Virus kann sich in der Leber sehr gut verstecken. Und dazu kommen wir wahrscheinlich noch, weil das Immunsystem in der Leber nicht unbedingt eine Reaktion macht. Und deswegen das Virus dort relativ geschützt so vor sich hin arbeiten kann. Die ist sehr tolerant, die Leber. Und Toleranz ist gut, aber kann manchmal auch schädlich sein. Jetzt ist es so, Sie schreiben das, wir reden ja gerade sowieso sehr viel über Impfungen, aber Hepatitis B war im Grunde die erste Krebsimpfung der Medizin. Denn Hepatitis ist auch häufig der Grund für Leberkrebs. Empfehlen Sie grundsätzlich diese Hepatitis-Impfungen? Die Hepatitis B-Impfung ist genial. Die ist wirklich eine sehr, sehr sichere und sehr, sehr effektive Impfung. Und zum Glück haben wir nach längeren Mühen endlich es geschafft, dass es in Deutschland tatsächlich in den Impfkatalog aufgenommen wird und alle Kinder und Jugendlichen gegen Hepatitis B geimpft werden. Das sollte auch tatsächlich so sein. Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Das ist eine tolle Impfung. Von der schwindenden Lust im Bett bis zum Aderlass. Es ist gar nicht so weit, zumindest wenn man Ihr Buch Das Schweigen der Leber liest. Sie erzählen das in der Geschichte von Felix und Anna. Was war da los bei den beiden? Die Leber ist eben doch auch ein zentrales Organ im Hormonstoffwechsel und insbesondere auch bei den Sexualhormonen. Und wenn die Leber schwer krank ist, dann werden die Sexualhormone anders verstoffwechselt. Und wenn Testosteron, also das männliche Hormon, abgebaut wird, und das wird in der Leber abgebaut, dann ist eine Zwischenstufe das weibliche Hormon. Und das kann dazu führen, dass Männer sozusagen verweiblichen und entsprechend das Libidoverlust bedeutet, aber eben auch durchaus Veränderungen der Behaarung etc. Also die Leber kann dazu führen, dass ein Mann weiblicher wird. Ob das jetzt gewünscht ist oder nicht, ist dann ja nochmal eine andere Frage. Jetzt müssen wir aber zum Aderlass kommen. Warum spielt der dann eine Rolle? Hier geht es um eine spezifische Lebererkrankung. Das ist die Eisenspeichererkrankung, Hämochromatose im Medizinischen. Das ist eine ererbte Erkrankung. Die kriegen Männer nur deswegen früher als Frauen, weil sie eben keine Regelblutung haben und deswegen keinen natürlichen Aderlass haben. Denn Eisen ist im Blut ja drin. Und wenn ich Blut verliere, verliere ich auch Eisen. Wenn ich kein Blut verliere, dann habe ich ein großes Angebot an Eisen. Und diese Patienten mit der ererbten Hämochromatose, die speichern zu viel Eisen in der Leber ab und das führt zu einer Leberzirrhose. Und die Therapie dieser Erkrankung ist tatsächlich weiterhin mittelalterlich. Es reicht völlig, bei diesen Patienten eine regelmäßige Aderlass-Therapie zu machen. Man kann sogar das Blut auch für eine Blutspende nutzen, weil es viel Eisen enthält. Jetzt war es ganz interessant, was Sie gesagt haben über Testosteron. Also das ist Präparate, sind ja bei Männern häufig gefragt. Zu viel Testosteron, haben Sie gesagt, zerstört die Libido. Also könnte ich darauf schließen, wenn ich einen Muskelprotz sehe, der hat eine geringe Libido? Das können Sie besser beurteilen als ich, würde ich mal denken. Sie sind ja Experte. Also Testosteron zerstört nicht die Libido, ist seitens Testosteron, führt zu einem Schaden in der Leber. Und das kann es manchmal tun auf zweierlei Weise. Insbesondere das so in der Szene gehandelte Zeug ist häufig verunreinigt und führt zu einer Art allergischen Reaktion. Also wie bei einem Medikament, einer Leberallergie auf ein Medikament. Und das kann zu einer Leberentzündung führen und die kann dann entsprechend wie jede Leberschädigung zum Libidoverlust führen. Testosteron kann außerdem aber auch Tumorwachstum in der Leber fördern. Und das ist das eigentlich Gefährliche davon und der Hauptgrund, warum man da vorsichtig sein muss. Und das ist für Frauen, die die Pille nehmen, auch wiederum erschreckend, denn da kann das auch ähnlich sein, dass die Hormone aus der Pille dazu führen. Das ist bei den weiblichen Geschlechtshormonen auch so, sehr viel geringer als beim Testosteron. Also das Testosteron hat diesen Effekt sehr viel stärker. Bei Frauen ist das ein bekanntes Risiko, das allerdings so gering ist, dass man eben sagt, das kann man eigentlich beherrschen. Und in den seltenen Fällen, in denen es auftritt, führt das eigentlich dazu, dass wenn man die Pille dann absetzt, diese zunächst völlig gutartigen Tumoren wieder verschwinden und zurückgehen. Aber man muss das im Auge haben. Nachdem ich das Buch gelesen habe, was Sie gemeinsam mit dem Journalisten Ulf Göttges geschrieben haben, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Sie kurz vor den Nachrichten abends die Fernsehwerbung anschauen und dann, wenn da so pflanzliche Mittelchen gegen allerlei Beschwerden angepriesen werden, dass Sie da durchaus die Wut manchmal packt. Wie ist es? Dazu bin ich zu lange im Beruf und schmunzle eher, als dass ich gleich in der Wut ausbreche. Aber es ist natürlich so, dass pflanzliche, naturheilkundliche Präparate sehr gerne beworben werden als harmlos. Und wir leider feststellen müssen, dass gerade diese Präparate gar nicht so selten zu einer Art Allergie in der Leber führen. Und das kann man eigentlich auch ganz gut nachvollziehen. Denn in einem pflanzlichen Präparat sind sehr viele Chemikalien drin, weil eben in der Pflanze schon viel drin ist und manchmal sind ja sogar mehrere Pflanzen gemischt. Und Allergien, die es eben in der Leber genauso gibt wie auf der Haut, sogar fast noch mehr in der Leber gibt wie auf der Haut, Allergien hängen auch ein bisschen vom Zufall ab. Und je mehr Chemikalien ich irgendwo in mich aufnehme, desto eher kann ich meine Allergie haben. Und viele pflanzliche Präparate lösen sowas leider auch aus. Also da gibt es dann diese, um sie einfach mal zu nennen, Präparate gegen Blasenschwäche, Einschlafstörungen, Verdauungsprobleme, Gelenkschmerzen. Und dann ist es aber schockierend zu lesen, dass ja sogar Kräutertees ebenfalls Leberallergien auslösen können. Was bleibt denn dann noch? Das sind trotz allem nicht so häufige Reaktionen. Und bei Kräutertees sind die bei uns üblichen Pflanzen wie Pfeffermünz, Hagebutte harmlos. Es sind eher die zusammengemischten ferngrünen Tees, die solche Reaktionen mal machen können, die ja auch Gefäßschädigungen in der Leber machen können. Das ist neben der Allergie eine zweite mögliche Schädigung, die durch pflanzliche Medikamente auftreten kann. Grundsätzlich gilt eben jedes Medikament, ob naturheilkundlich oder allopathisch, kann auch in der Leber mal eine ungewünschte Reaktion auslösen. Und deswegen muss man ein Auge drauf haben. Das heißt dann wahrscheinlich wieder die Gratwanderung, maßhalten, das Präparat nicht zu lange nehmen, das malzunehmen, das wird die Leber doch vermutlich, so wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, aufgrund ihrer Beschreibungen, auch wieder abkönnen. Auch da ist die Antwort leider differenziert. Weil Allergien nicht so sehr von der Dosis abhängig sind. Also wenn ich immer mal wieder was nehme, was eine allergische Reaktion auslöst, von der Haut wissen wir das, da sieht das jeder sofort, dann ist das trotzdem nicht gut wegzustecken. Also man sollte bei jedem Präparat hinterfragen, muss ich es nehmen oder nicht. Und wenn ich es regelmäßig nehmen muss, dann auch irgendwann mal die Leberwerte kontrollieren und gucken, verträgt das meine Leber gut. Es kommen viele Fragen rein. Der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel aus Schwäbisch Hall von Kurt, der wissen möchte, ich habe mit Erstaunen gehört, welche Auswirkungen das Obstessen auf die Leber haben kann. Welche Mengen sind denn schädlich? Und dann schreibt er noch, und ganz wichtig für mich, wie sieht es mit Zitronensaft aus? Da kann man erst mal sehr beruhigen. Die Zitrone enthält nämlich ganz wenig Fruktose, deswegen schmeckt sie so sauer. Es ist die Fruktose im Obst, die eine Belastung für die Leber und überhaupt für den Stoffwechsel sein kann. Also je süßer das Obst ist und je mehr süßes Obst ich esse und insbesondere auch trinke, also die extrahierten Obstsorten, die dann auch keine Schlacken mehr enthalten, die können eine größere Belastung sein. Zitronensaft sei eben herzlich gerne gegönnt. Die andere Frage, die erste Frage, die Menge, lässt sich dir eingrenzen? Ja, wir haben es ja etwas überspitzt auch gesagt, ein Apfel am Tag, da hat man früher in England gesagt, keep the doctor away, weil eben Vitamine traditionell ein Problem waren, wir nicht genug gegessen haben, also ein bisschen Obst muss man essen, aber in der modernen Gesellschaft ist Obst so verfügbar, durch Einfrieren, Konservieren etc., also ein Obst-Äquivalent pro Tag ist gesund, zwei wahrscheinlich noch okay, aber da wir so viel Fruktose auch als Süßungsmittel in Fertiglebensmitteln zu uns nehmen, sollte man dann aber zurückhaltend sein. Aus Ostelsheim hat Udo Christens geschrieben, wie einfach oder schwer ist es, Metastasen auf der Leber zu entfernen? Welche Methoden gibt es? Ich hatte einen Tumor am Dickdarm, der operativ entfernt wurde. Auch nach der Chemotherapie sind immer noch Lebermetastasen vorhanden. Lebermetastasen sind ein großes Thema, sind sozusagen die häufigsten Tumoren der Leber und auch das hat einen interessanten leberspezifischen Grund, weil die Leber ein sehr tolerantes Organ ist, da können sich Tumorzellen der Leber eher festsetzen als irgendwo anders im Körper, sie werden nicht gleich vom Immunsystem bekämpft und deswegen war es früher so, dass Lebermetastasen als fatal angesehen wurden. Inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, die zu behandeln, insbesondere auch tolle chirurgische Möglichkeiten, denn die Leber hat ja eine andere unglaubliche Fähigkeit, sie kann nachwachsen, ist das einzige Organ, was nachwachsen kann. Insofern kann man relativ viel Lebergewebe wegschneiden und eben mit speziellen chirurgischen Verfahren häufig auch viele Metastasen entfernen und dann wächst die Leber wieder nach. Das hängt natürlich davon ab, wo die Metastasen sind, wenn es zu viele sind, ist ein chirurgisches Vorgehen nicht mehr sinnvoll, dann sind Medikamente sinnvoller, aber die Möglichkeiten werden dort auch immer mehr. Sie haben auch eine ganz spannende Forschung am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf und da geht es darum, das Verhältnis Immunsystem und Leber, das können Sie mal erklären? Ich sagte ja schon, die Leber sei eher so ein tolerantes Organ, das hat auch einen evolutionären Grund, eben weil in der Leber alle Medikamente und alles, was wir essen, verstoffwechselt wird, versucht die Leber Allergien, überschießende Immunreaktionen zu vermeiden. Und das kann man sich wahrscheinlich auch zunutze machen, zumindest im Experiment funktioniert das hervorragend. Wir können einen Stoff in die Leber geben, gegen den es eine fehlgesteuerte Immunreaktion gibt und diese dadurch unterdrücken. Ein Beispiel ist die Multiple Sklerose. Da ist eine Immunreaktion gegen Gehirngewebe und wenn man dieses Gehirngewebe, ein kleines Peptid daraus in die Leber tut, dann kann man tieerexperimentell verhindern, dass die MS entsteht, sie sogar damit behandeln. Und das versuchen wir jetzt auf menschliche Erkrankungen zu übertragen. Ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld. Und Sie sind gleichzeitig auch noch Sprecher der AG Infektionsforschung und Gesellschaft, haben sich auch immer wieder im Zuge der Corona-Pandemie geäußert. Wenn wir jetzt gerade schauen, was da passiert mit dem Impfstoff AstraZeneca, der aus dem Verkehr gezogen wird aktuell. Wie bewerten Sie das? Ich glaube, dass wir häufig in der Pandemie den Blick fürs Ganze verloren haben. Und wie der Titel der Arbeitsgruppe ja auch sagt, Infektion und Gesellschaft. Infektionen sind schon immer eine bedeutende Bedrohung für die Gesellschaft gewesen. Aber Gesellschaften haben auch gelernt, damit umzugehen. Im Moment scheinen wir das nicht so richtig zu lernen. Und einfach in der Güterabwägung. Es ist großartig, dass es jetzt so wirksame Impfstoffe gibt. Selbst falls die Nebenwirkungen ernsthafter Art ganz selten mal haben sollten, wäre es meines Erachtens ein großer Fehler, die jetzt nicht weiter zu verimpfen. Denn das ist ein effektiver Schutz, den wir alle bekommen können. Mit einem wirklich tollen wissenschaftlichen Ergebnis. Nach so kurzer Zeit, so etwas haben wir noch nie gehabt. Wenn Sie die Gesellschaft gerade ansprechen, es gab ja neulich mal Berichte darüber, einen Bericht aus der Lungenklinik in Mörs. Dort sagte der Leiter, dass der Anteil der intubierten Schwerstkrankenpatienten häufig einen Migrationshintergrund habe, aufgrund von Kommunikationsbarrieren. Und dass diese Menschen die Corona-Warnungen nicht erhalten haben. Haben Sie sich z.B. mit dieser Thematik befasst? Weil das ja auch ein gesellschaftliches Problem, eine Herausforderung ist. Ich leite eine Klinik, die auch für die Infektiologie zuständig ist. Und eine der größten infektiologischen Kliniken. Insofern haben wir Patienten natürlich aus gerade diesen gesellschaftlichen Gruppen. Und ich glaube, das zeigt eines der Probleme im Umgang mit der Pandemie. Die Politik hat uns einerseits suggeriert, sie könnte diese Pandemie in den Griff bekommen. Aber die Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu müssen wir aber auch mit allen gesellschaftlichen Gruppen kommunizieren. Sie motivieren, dass sie Vorsichtsmaßnahmen beherzigen. Und sie da mitnehmen. Vielleicht auch mit den religiösen Gemeinschaften in den unterschiedlichen Sprachen etc. Wir haben das sehr als eine Auseinandersetzung der bürgerlichen Mitte geführt. Sie fordern eine Doppelstrategie im Kampf gegen das Coronavirus. Wie sieht die ganz genau aus? Eigentlich wissen wir schon seit Februar letzten Jahres, dass dieses Virus nur bestimmte Gruppen besonders gefährdet. Während es bei jungen Leuten eine häufig gar nicht bemerkbare Infektion macht oder eine sehr milde Infektion macht. Umgekehrt wissen wir, dass selbst wenn wir so effektive Impfstoffe haben, wie wir sie jetzt haben, trotzdem jeder Impfstoff auch gewisse Nebenwirkungen hat. Und bei Kindern ja auch noch gar nicht zugelassen ist. Bei Kindern und Jugendlichen wäre es eigentlich sinnvoll gewesen und auch immer noch sinnvoll, dass sie ruhig in die Schule, in die Universitäten gehen und man der Ansteckung dort zulässt, damit eine natürliche Immunität entsteht. Da muss ich kurz reingrätschen. Die Gefahr ist ja, dass sie dann zu Hause im Haushalt auch vulnerable Gruppen infizieren. Genau. Deswegen brauchen wir die Doppelstrategie. Wir müssen die Risikopersonen besser schützen. Da haben wir wirklich versagt. Wir wussten von vornherein, dass die über 70-Jährigen, vor allem die über 80-Jährigen gefährdet sind. Wir wussten von vornherein, dass die Altenheimbewohner gefährdet sind. In Hamburg sind über 60% der Verstorbenen aus Pflegeheimen. Die hätten wir von vornherein besser schützen können, indem wir wirklich da jeden Tag testen, alle Mitarbeiter testen, alle Besucher testen, alle Bewohner testen und da strikte Maßnahmen machen. Und zum Glück haben wir angefangen, bei denen zu impfen. Das müsste man auch jetzt noch strikter und schneller machen. Trotzdem die Nachfrage, Infektionen bewusst zuzulassen, das ist ja auch ethisch hinterfragt worden. Sehen Sie da kein Problem? Nicht bewusst zulassen, tolerieren. Infektionen gehören zu unserem Leben. Wir brauchen auch gerade als Kinder und Jugendliche die Auseinandersetzung mit Infektionen. Nur so reift unser Immunsystem. Ähnlich wie unser Nervensystem nur durch Auseinandersetzungen reift, auch Konflikte, so reift auch das Immunsystem nur dadurch. Wenn es diese Reifungsmöglichkeit nicht mehr hat, dann werden Autoimmunerkrankungen, Allergien häufiger. Wir erleben das ja schon in unserer Gesellschaft. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein größeres Problem sein. Auch ein größeres Problem sein. Wir sehen jetzt einen starken Rückgang anderer Infektionen. Da verlieren wir irgendwann die Immunität dagegen. Norovirus, Erkältungsviren werden in den nächsten Jahren wieder deutlich mehr werden, weil wir die Immunität in der Bevölkerung dagegen verlieren. Also da ist eine Doppelstrategie auch sonst für den Schutz der Gesellschaft und für den Schutz der Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich effektiver. Um das nochmal klarzumachen, es gab doch auch Beispiele aus dem Ausland, aus Manaus zum Beispiel. 76 Prozent Infektionsrate, dennoch keine Herdenimmunität. Was schließen Sie daraus? Herdenimmunität im strikten Sinne wird es nicht geben, auch durch die Impfung nicht geben. Das Virus ist anpassungsfähig. Wir werden mit diesem Virus auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte leben müssen. Aber die Immunitätslage wird natürlich durch insbesondere die Impfung, aber eben auch durch natürlichen Infektionen bei jungen Menschen, wird immer besser sein und die Infektionen deswegen sehr viel seltener einen schweren Verlauf nehmen und immer häufiger nur einen ganz milden Verlauf nehmen. Und dann lernen wir, mit diesem Virus zu leben, so wie wir gelernt haben, mit anderen Viren auch zu leben. Also Intensivärzte fordern aktuell einen harten Lockdown, weil wir ansonsten noch einmal mehr, 5.000, 6.000 Patienten auf der Intensivstation sehen würden, sagen Sie. Ich entnehme Ihren Worten. Mit so einer Forderung gehen Sie nicht mit. Es gibt kritische Zeitpunkte, wo das sinnvoll ist. Direkt vor Weihnachten war das ohne Zweifel sinnvoll, weil die Intensivkapazitäten wirklich ausgelastet waren. Und natürlich sind die Abstandsregeln und diese Hygieneregeln in der allgemeinen Bevölkerung weiterhin sinnvoll, bis die Infektionen bei den gefährdeten Personen zurückgegangen sind. Aber wir müssten auch eben den Rest der Bevölkerung im Auge behalten. Wir müssen die gesamte Gesellschaft im Auge behalten. Nur dann können wir wirklich erfolgreich durch diese Pandemie durchkommen. Können Sie vielleicht erklären, was ja so viele Menschen verwundert, dass in Deutschland während einer Pandemie viele Krankenhäuser geschlossen werden. Ist das einfach normaler Bestandteil unserer Gesundheitspolitik? Das ist ein riesiges Thema. Deutschland hat wahrscheinlich wirklich zu viele Krankenhausbetten, auch wenn diese Äußerung nicht populär ist. Nur Japan hat mehr Betten pro Bevölkerung. Und wir müssen wahrscheinlich auch eingestehen, dass manche medizinische Eingriffe nur deswegen gemacht werden, weil wir diese Überkapazitäten haben. Was wir vor allem haben, und das hat eine lesenswerte Analyse der Leopoldina vor ein paar Jahren herausgearbeitet, Wir haben zu viele kleine, fachlich nicht mehr ausreichend qualifizierte Krankenhäuser. Und wir sollten gerade in einem Land mit eigentlich guten Transportwegen mehr uns auf größere, spezialisierte Kliniken konzentrieren, wo wir sicherlich auch eine effektivere und bessere Medizin machen können, als überall vor Ort ein Krankenhaus zu haben, was natürlich dann auch aus Arbeitsgebergründen und so weiter erhalten wird. Aber wo die fachliche Qualität schwierig zu wahren ist und lieber dort Ambulanzen, die mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, etablieren. Auf einen Satz muss ich noch mal zu sprechen kommen. Wenn Sie sagen, zu viele Krankenhausbetten, gerade im Zuge der Pandemie, schien es ja anders zu sein, gerade bei den Intensivbetten. Also man muss ja auch auf solche Situationen vorbereitet sein. Dazu muss man die Betten aber nicht jeden Tag über die ganzen nächsten Jahre offen haben, sondern wir brauchen Reservekapazitäten. Ja, wir brauchen Reservekapazitäten und überhaupt das Fach Infektiologie ist sehr ignoriert worden. Wir haben das Problem, dass die Krankenhausfinanzierung über die gemachten Leistungen und nicht über den vielleicht zukünftigen Bedarf laufen. Plötzlich sucht man jetzt Infektiologen und vorher hat man sie schlecht bezahlt, weil sie eben nicht Hüften ersetzen konnten oder Herzkatheter machen konnten. Da fehlt uns eine strategische Planung und das Gleiche gilt für solche Reservekapazitäten für Krisen. Die müssen wir haben, ähnlich wie wenn wir eine Feuerwehr haben. Wie sieht denn eine gute strategische Planung hinsichtlich der privaten Klinikbetreiber aus? Die versuchen ja, Personalkosten permanent zu senken. Das sorgt für Unmut. Das kann doch nicht die Lösung sein. Das kann man auch nicht privatisieren. Eine private Krankenhausgesellschaft muss auf das ökonomische Ergebnis achten. Das hier ist aber eine Versorgung der Gesellschaft für Reservezeiten. Das muss man finanzieren, wie man Schulen, Polizei oder Feuerwehr finanziert. Das muss man aus der öffentlichen Hand finanzieren, aus der öffentlichen Hand planen. Da fehlt uns aber natürlich auch die nötige Expertise. Ich plädiere sehr dafür. Wir brauchen eigentlich wirklich ein Forschungsinstitut für Pandemie-Probleme, also für Pandemieforschung. Ja, es wird vermutlich nicht die letzte Pandemie sein, die wir erleben. Das wird ganz sicher nicht die letzte sein. Und was machen wir, wenn das Virus wirklich gefährlich ist? Wir haben es ja hier nicht mit Ebola oder einem ähnlich gefährlichen Virus zu tun. Und es ist durchaus zu befürchten, dass solche Pandemien in Zukunft häufiger auftreten und durchaus vielleicht auch noch mit gefährlichen Erregern auftreten. Dafür sind wir nicht hinreichend gerüstet, weder organisatorisch noch wissenschaftlich. Nur noch mal zurück zu diesem Ansatz, Privatisierung der Krankenhäuser und Kliniken. Das scheint ja ein Problem zu sein, was selten diskutiert wird. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Das ist nicht meine persönliche Expertise, aber es beschäftigt natürlich uns alle, uns alle, die wir im Gesundheitssystem aktiv sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer staatlich finanzierten Universitätsklinik arbeiten kann, die es sich eben auch erlauben kann, nicht zu sehr auf den Euro zu gucken, sondern auch auf die Bedürfnisse der Patienten und der Bevölkerung zu gucken. Ja, genau das wird ja das Problem sein, wie sich das Verhältnis von Medizin und Ökonomie entwickelt. Ist die Corona-Pandemie da vielleicht ein Anstoß, etwas zu verändern oder ist das naiv gedacht? Wir können uns das auf jeden Fall wünschen. Ob das funktionieren wird, ich glaube, soweit können wir im Moment noch gar nicht richtig denken. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in S-Werns Leute, Professor Ansgar Lose. Ich bedanke mich.